Was ist das denn? Absender Weihnachtsmann? Ho ho ho! Ich, der Weihnachtsmann, brauche dringend eure Hilfe. Meine neuen Rentiere brauchen einen neuen Stall, den ich hiermit bei euch bestelle. Oh, da muss ich aber schnell zu Stefan. Stefan, wir haben Post vom Weihnachtsmann gekriegt. Weihnachtsmann? Guck mal, die haben uns eine Bestellung geschickt, die möchten einen Stall für die Rentiere haben. Ach, das ist kein Problem. Könntest du dich da bitte drum kümmern? Ja klar, dann werden wir sofort anfangen zu planen. Material haben wir genug da, wo die Fachkräfte fehlen uns. Mal gucken, vielleicht können die Weihnachtsrichter uns aushelfen. Ja, guck mal. Einen Rentierstall? Das kriegen wir hin. Leute, wir brauchen ein Modell. Super, dann jetzt los zu Stefan. Das Modell ist fertig. Ja super, dann bauen wir das jetzt in groß. Ja super, dann machen wir das jetzt in groß. Haben wir dann alles? Ja. Super, dann können wir alles einladen. So, jetzt fahren wir los zum Weihnachtsmann. Ja zum Weihnachtsmann. Hohe Weihnachtsmann. Ja. Ja. Sophie. Ja. Ja.